Das steht bei dir oben drauf. Ready? Ja. Tschüss. Mir hast du keinen Namen gegeben? Achso, doch eigentlich schon. Aber den sieht man wahrscheinlich doch da. Torpedo gelaunched. Alter, das ist das Geräusch. Ey, das Schiff ist explodiert, denn der Torpedo hat doch 10 Meter in der Luft. Ey, wieso Aggrated Criminal Damage? Was ist das denn? Ja, ich könnte hier jetzt ein Crime Set geben. Ach, noch einen. Ich hab schon einen. Was ist das denn hier? Warte mal, warte mal. Bist du doch in der Star Runner drin? Könntest du die Star Runner mal aufmachen? Ich kann die irgendwie nicht aufkriegen mit der Hose, oder? Ja, gar nicht.